Stefan Kolling Ja, der Stefan lebt in Frankreich Ist mal schnell rübergekommen über die Grenze Er bezeichnet sich als Hobby-Franzose 102,5 Kilo 102,5 Kilo sein Körpergewicht heute Und 260 Kilo im ersten Versuch jetzt hier Also er startet im Schwergewicht Bravo, kein Problem 260 Kilo im ersten Versuch Für einen Athleten mit 102 Kilo Körpergewicht Ganz tolle Lange